Jo moin Leute, herzlich willkommen bei den Dips für das Rennen vom großen Preis von Kanada, was heute um 20.10 Uhr startet, live auf RTL. So, fangen wir an. Erster, Sebastian Vettel. Dritter, Louis, zweiter, Louis Hamilton. Dritter, Kimi Riegel. Vierter, Max Verstoppen. Fünfter, Valtteri Bottas. Sechster, Daniel, äh, sechster, Daniel Riccardo. Siebter, Nico Hültenberg. Und Achter, Romain Rojo. So, das waren die Tipps für das Rennen heute Abend um 20.10 Uhr live auf RTL. Der Formel 1 Saison 2018 Großhaarpreis von Kanada. Würde mich gerne über ein Abo freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und lasst ein Like da. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.